Was geht ab, ihr geilen Leute da draußen? Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr und wie angekündigt vor ein paar Tagen komme ich nun zu einer neuen Möglichkeit, wie ihr im Internet passives Geld aufbauen könnt. Und zwar bin ich da durch Vitamin B, also durch einen persönlichen Tipp, bin ich da auf diese Seite gekommen, habe mir das Ganze angeschaut und habe das für sehr gut befunden, denn diese Geschäftsgelegenheit, die ich heute euch zeigen will, hat den folgenden Vorteil. Ihr habt ein sehr, sehr, sehr geringes Risiko, also ein sehr kleines, persönliches, einmaliges Investment und ihr habt ebenfalls relativ wenig zu tun, weil in diesem Programm hier gibt es keine Referralinks, also niemand baut sich hier selber ein Team auf und das ist natürlich wieder für Leute, die sich schwer tun zu sponsern. Ist das natürlich absolut ideal, weil hier bewerben alle wieder einen Link, ist ähnlich wie bei diesem, die magische 4, was sich ja dann als Schneeballsystem rausgestellt hat. Ist hier aber nicht der Fall, er erklärt das Ganze auch in den verschiedenen Videos. Ich werde euch jetzt kurz zeigen, um was es geht und zwar heißt das Ganze hier MyPensionPlanWorks. Um was geht es? Du hast ein einmaliges 30 Dollar Investment und lässt dann nachher dein Geld quasi arbeiten, also quasi das Geld von allen Mitgliedern wird angelegt und aus diesen Renditen heraus ist das Ziel, dass nachher jeder 8000 Dollar pro Monat hat. Du denkst jetzt vermutlich das gleiche wie ich gedacht habe, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich dachte, ja klar, diesen Scheiß schon wieder, das kennen wir schon alles. Ne, ist es eben nicht. Ich habe mir die Zeit genommen, habe mir die ganzen Videos etc. habe ich mir angeschaut und genau das empfehle ich euch auch. Ich will jetzt hier nicht wirklich zu viel darüber erzählen. Mir gefällt das Konzept persönlich sehr gut. Wie gesagt, es wäre eigentlich die Lösung für jedermann, also jeden, der passives Einkommen verdienen will. Ich meine 8000 Dollar im Monat bedeutet finanzielle Freiheit mehr oder weniger für jeden. Also mit 8000 pro Monat, da muss mir keiner erzählen, dass er damit nicht durchkommt, außer natürlich man hat, man lebt auf sehr, sehr großen Füßen. Aber ansonsten denke ich, dass das für viele Menschen wären sehr froh drum, wenn sie 8000 Dollar im Monat hätten. So, das Wachstum dieses Programms, es ist ziemlich neu. Also es ist erst gerade, ich glaube, letzten Monat oder so ist es gestartet, im Dezember drin. Wir sind hier bei aktuell 339 Plätzen, die schon reserviert sind. Davon sind bezahlt 232. Ihr seht hier auch in diesem Level 6 sind auch 38 Plätze frei. Also das Wachstum hier ist wirklich rasant. Das Ganze auch zu bewerben ist ziemlich einfach. Die Seite, die gibt es auf Englisch, auf Deutsch und auf Thai, wobei ihr beachten müsst, dass auf Thai und auf Englisch habt ihr keine Erklärvideos, sondern es ist einfach hier mit einer Illustration dargestellt und einfach nur geschrieben. Und er hat hier auch 6 Erklärvideos dazu gemacht. Und ich habe mir jetzt diese alle angeschaut und ich finde sie wirklich klasse und genau diesen Tipp gebe ich euch auch. Schaut euch das Ganze an. Wie gesagt, es ist ein sehr kleines Investment. Das Zeitintensive fällt hier auch weg, da alle einen Link bewerben. Man braucht hier auch kein Team aufzubauen. Also ich werde euch das auf jeden Fall ans Herz legen. Ihr seht hier auch, ich habe hier nichts davon. Ich habe hier keinen Referral-Link etc. Sondern ich habe das gesehen und habe mir gedacht, jawohl, ich finde das richtig geil. Das wäre auf jeden Fall was. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man hier einzahlen kann, diese 30 Dollar. Ich habe mich für die Bank, für den Banktransfer entschieden. Da sind es dann 35 Euro. Braucht euch nicht wundern. Ihr werdet aber sehen, wenn ihr das Video anschaut, werdet ihr sehen, dass man da nicht irgendwie abgezogen wird, sondern dass es dem ganzen System zugute kommt, wenn man hier ein bisschen mehr einzahlt. Und ich finde das halt wirklich cool. Also wie gesagt, mein Tipp an euch, schaut euch das Ganze an, wenn ihr denkt, jawohl, das könnte was sein, dann tragt euch ein, zahlt diese 30 Dollar. Ich denke, das Potenzial hierfür ist sehr groß und es ist einfach zu bewerben, wie gesagt. Übrigens, was mir auch noch sehr gut gefällt, ist, der Betreiber macht hier alles völlig transparent. Egal ob in der Gruppe oder auch in den Videos, also ist alles sehr transparent. Da wird nichts irgendwie verschwiegen oder so, sondern wird alles offengelegt, wie viel das reinkommt, wie viel das angelegt wurde, wie viel das rausgeht, wie viel, welche Level von Memberships man erreicht hat, etc. Also wird alles sehr transparent gehandhabt, was aus meiner Sicht heraus sehr wichtig ist und auch immer für Vertrauen sorgt. Gut, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du dem Ganzen eine Bewertung gibst. Den Link zum MyPensionPlan kannst du entweder so abschreiben oder du findest die natürlich wie immer unterhalb in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video, wir sehen uns, ich wünsche dir einen richtig geilen Start in das neue Jahr. Voll Gas, voll Erfolg und Gesundheit, Freude, Lebensfreude und finanzieller Freiheit. Also, bis zum nächsten Video, mach's gut, dein Patrick.